Kompetenz, Qualität und Verlässlichkeit. Seit den 60er Jahren ist die Zehentner GmbH mit Sitz in Feldkirchen bei Matikofen der Partner für ihr Bauvorhaben. Unsere Tätigkeit erstreckt sich von der kleinen Gartenmauer bis hin zu Ein- und Mehrfamilienhäusern sowie auch kommunale Bauten. Natürlich machen wir auch landwirtschaftliche Bauten und alle diese Bauten machen wir entweder im Ziegelmassivbereich, Betonbau oder als Holzbau. Komplettiert wird das umfangreiche Angebot durch komplette Dacheindeckungen. Der Grundstein für jedes Bauvorhaben wird bereits bei der individuellen Beratung gelegt. Bei Zehentner profitiert der Kunde von den vielseitigen Kompetenzen und der langjährigen Erfahrung des Traditionsunternehmens. In einem ersten Gespräch werden die Bedürfnisse der Kunden genau besprochen und ein erster Entwurf erstellt. Alle Planungsschritte werden transparent gestaltet. So kann für jeden individuell auf seine Bedürfnisse zugeschnitten und seine Budgeterwartungen eine Planung erstellt werden. Egal ob Neubau, Zubau, Umbau oder Sanierung, professionelle und maßgeschneiderte Planung ist die wichtigste Grundlage für den Erfolg eines Projektes. Neben dem Bau kompletter Häuser und Objekte ist die Zehentner Bau GmbH Experte für Holzaufbauten aller Art. Holz ist ein innovativer Baustoff, ist nachwachsend, das heißt ist auch für die Umwelt eine sehr gute Sache. Wir verwenden das von der Gartenhütte bis zur Terrassenübertachung. Wir machen Aufstockungen, machen Holzregelhäuser. Ist eine trockene Bauweise und man kann das ziemlich schnell fertigstellen zu einem Bauwerk. Holzregelwände werden bei Zehentner bereits am Firmenstandort gefertigt und vormontiert auf die Baustelle geliefert. Der Baustoff Holz, Tradition und Werte in Verbindung mit Moderne. Ebenso positioniert sich auch das Unternehmen selbst. Uns ist wichtig, dass die Mitarbeiter ein familiäres Arbeitsumfeld genießen. Wir versuchen auch für die Umwelt viel beizutragen, das heißt wir haben eine Photovoltaikanlage installiert mit Ladestationen dazu und auch mit E-Autos. Natürlich versuchen wir auch die Mitarbeiter mit den neuesten Geräten, Fahrzeugen auszustatten, damit die einen guten und sicheren Arbeitsplatz haben. Die Zehentner Bau GmbH mit Handschlagqualität vom Erstgespräch bis zum schlüsselfertigen Objekt. Untertitelung des ZDF für funk, 2017